Servus, heute ist es wieder soweit, heute drehen wir eine Episode von Sascha liest Kommentare Das nicht meistgefragteste Kanal auf meinem Format Alles klar, damit bin ich komplett raus Das nicht meistgefragteste Format auf meinem Kanal So rum, ich würde sagen, bevor ich mich hier le- Ich würde sagen, bevor ich mich jetzt hier noch weiter verspreche Fangen wir an, ganz traditionell, wie es für dieses Format üblich ist Mit dem Kopf- Fangen wir ganz traditionell an mit dem Top-Kommentar aus der letzten Episode Und zwar, meine Mutter hat mich letztens gefragt Wie ich gleichgeschlechtliche Beziehungen bei Frauen sehe Meistens in HD war dann doch die falsche Antwort Ey, der ist nicht schlecht Der ist nicht schlecht Wir feiern heute, ich glaube, zum zweiten Mal Zum zweiten Mal Bitte jetzt nicht mehr zu Hause klatschen Oh mein Gott, fast vergessen Wir feiern heute, ich glaube, zum zweiten Mal Ein Top-Kommentar, den ich nicht schlecht finde Lieber Scope Lieber Scope, melde dich doch bei mir Mad Games Arenen öffnen ihre Tore für alle Überlebenden Sie werden Fahrzeuge mit beispiellosen Modifikationen in einen wütenden Sandsturm fahren Und postapokalyptische Panzer anfordern können Der Scavenger ist das beliebteste Fahrzeug im Ökland Seine gute Traktion und der kraftvolle Motor erlauben es dir schnell Positionen zu wechseln Und feindlichen Granaten auszuweichen Der Scavenger hat zwei Waffen zur Auswahl Die 75 Millimeter Kanone verwandelt ein gegnerisches Fahrzeug in einen Schrotthaufen Und die Haubitze hilft ihnen aus nächster Nähe mit dem Gegner umzugehen Betrete das Spiel bis zum 25. Oktober und schaffe 50 Kämpfe in dieser Zeit, um den Schnitzeljäger kostenlos zu gewinnen Gravedigger Hoher Schaden durch Rahmen, dicke Panzerung, gute Dynamik und eine schnell feuernde Waffe Es geht um den Gravedigger In Klammern Totengräber 2018 zeichnet Peter Pound, der Hauptfahrzeugdesigner von Mad Max Fury Road Einige Skizzen dieses Fahrzeugs Wenn sie mindestens ein Fahrzeug der Stufe V haben Ah ne, das Römer steht für 5 Wenn sie mindestens ein Fahrzeug der Stufe 5 haben, sind sie bereit für die echte Herausforderung Sammeln sie Ressourcen für die nächsten Siedlungen Fülle die Aufgabe aus und nimm den Gravedigger Download über diesen Link Erhältlich auf iOS, Android Max, Steam, Windows 10 Was sagt Andreas Burani auf einer Beerdigung? Auf jeden Fall schon mal nicht, ich hebe ab Mein Herz schlägt schneller als deins Oh mein Gott Oh mein Gott Was für Kommentare habt ihr schon wieder rausgesucht? Gut, äh, niveau technisch sind wir auch schon beim zweiten Kommentar auch wieder ganz unten angekommen Da frag ich mich schon wieder, ob ich das reinschneiden darf Wenn das nicht anders geht, dann mach das so Wie nennt man es, wenn Sascha ein Salto macht? Mehr Anzeigen Bottle Flip Was, was ist doch an der Witz? Und weil du eine Flasche bist Och Jungs Glauben sie, dass ich verrückt bin? Diese Frage stellte mir Ihnen nass gegen Ende Eiscreme fragt, wie man einen russischen Veganer nennt Mehr Anzeigen Mooskauer Alter, die Episode tut so weh Ey Leute, wirklich Es tut mir an der Stelle, mir tun wirklich wenig Dinge leid Aber das tut mir wirklich leid Für solche Kommentare, es tut echt weh Also wer jetzt gerade Ganz kurz for real Wer jetzt gerade zu Hause sitzt Und über diesen Kommentar lacht mit Mooskauer Vater, Sohn, ich habe ja alle deine Spielzeuge in dem Kinderheim gespendet Sohn, warum? Mehr Anzeigen Damit dir dort nicht zu langweilig wird Oh mein Gott Jungs, was für Kommentare Hä? Komm, wird es wirklich unter meinen Videos kommentieren, falls das der Fall sein soll? Die Kommentare sind heute ja genial, Mann! Für alle Leute, die neu auf dem Kanal sind Hi, ich bin Sascha Ich lese ab und zu so circa einmal im Monat Kommentare Die unter meinen Videos geschrieben werden Wie jetzt gerade in dem Fall solche Kommentare Falls euch das gefällt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen Und einen Daumen nach oben an der Stelle Ich würde mich sehr freuen Falls es euch nicht gefällt, dann Diese Frage stellt ihr mir Wie nennt man einen studierten Bauern? Mehr Anzeigen Akademiker Und damit herzlich willkommen zu dem diesmonatigen UnsympathischTV Quiz Die heutige Frage lautet Ein Inder und ein Chineser stehen vor der Tür Wer darf zuerst rein? A Irre genommen B Vorhaut genommen C Leben genommen Oder D Der Inder Der Inder Punkt vor Strich Kommen wir jetzt auch schon zum letzten Kommentar Zum Glück der heutigen Episode Und zwar Schreibt Basti Ich hab heute drei Dinge gelernt Ich werde Vater Ich werde Onkel Mehr anzeigen Oh, es kommt bestimmt irgendwas ihm Schlimmes Meine Schwester nimmt die Pille nicht Aaaaaah Alles klar, Leute Vielen Dank für eure Kommentare In der heutigen Epision Epision Ich bin hiermit Komplett raus Wirklich Wir sehen uns nächste Woche wieder Wenn es wieder heißt Bitte jetzt nicht mehr zu Hause klatschen